Seltener Anblick. Meine beiden Katzen in der Nähe. Die erste läuft schon weg. Selten passiert aber auch mal. Meistens gehen sich so ein bisschen aus dem Weg die beiden. Auf jeden Fall geht es den beiden gut. Was für ein heftiger Unterschied wenn man Lea von oben sieht. So eine maskuline Katze wie so ein Pitbull. Also von oben sieht sie aus wie ein Pitbull. So richtig kräftig und wenn sie loslegt dann legt sie los. Murca ist eher die zierliche. Jetzt geht es dir gut. Wenn man nach hause kommt, der möchte gestreichelt werden, der möchte ein bisschen Aufmerksamkeit. Guck mal wie hübsch du bist. Wie hübsch du bist. Ja. Das weiß man alles noch. Die Murca ist ja immer so gleichtreifersichtig. Murca. Hey. Hey unsere Kleine. Hey. Murca. Wir sind beide total hübsch. Zwei hübsche Katzen. Ja. Ja. Ja.